Moin Leute, ihr habt euch gewünscht, dass ich mir die Tame-Boxen-Mod anschauen soll von Randy. Und ja, ich habe hier mal aktuell alle vier Landboxen aufgebaut, plus noch die Wasserbox in der Tasche. Die gucken wir uns dann gleich nochmal genau an, ich will euch generell ein bisschen was zu zeigen. Und das sind im Großen die ganzen Boxen. Wir haben hier so eine kleine Box, wir haben hier die kleine Metallbox, weil die ist nur aus Holz. Wir haben hier die mittlere Box aus Metall, die kann man wahrscheinlich zum Beispiel Rex und so relativ gut reinpacken. Und das hier ist die riesige Box aus Metall. Hier werdet ihr sehr wahrscheinlich sowas wie ein Gigant, ein Pronto oder so reinziehen können. Also die ganz großen Tiere. Heißt, die Mod hat von vornherein für alle Tiere eine Box, so gesehen, vorgesorgt. Wie läuft das Konzept der Mod ab? Ganz einfach. Wir setzen immer eine dieser Boxen auf. Ich zeige euch gleich, das tut sich ultra cool aufbauen sogar. Wir setzen eine dieser Mods, also dieser Mod-Boxen am Stück, so gesehen, aktivieren diese. Und jetzt seht ihr, dass sich hier hinten was aufgebaut hat. Seht ihr, dass dieses Feld da, dieses blaue, das ist vorher ja nicht aktiv. Seht ihr, hier ist das normal so durchsichtig. Jetzt ist die Box nämlich scharf. Locke ich jetzt einen Dino rein, der mir hinter mir nachkommt. Ich werde euch nochmal gleich einen Feldversuch zeigen. Nehmt ihr den Dino, dann lauft ihr hier durch diese Gitterstäbe durch. Und wenn ihr jetzt nach hinten guckt, Richtung Tür, und ich laufe hier durch diese Lichtschranke durch, dann seht ihr, geht vorne einfach das Gitter runter. Das heißt, ihr könnt diese Box komplett alleine benutzen. Ihr müsst sie nur einmal scharf stellen und das ist bei allen so. Also hier zum Beispiel auch bei der hier, macht ihr hier auf Aktiv Trap. Und hier ist es auch zum Beispiel so, dass das hintere Teil etwas größer gemacht ist, so dass ihr auch mit einem Flugdino durchfliegen könnt. Also ihr könnt hier locker mit einem Petri durchfliegen. Das heißt, Trap ist aktiv, ich laufe hier durch, zack, vorne gehen die Tore runter. Dino ist gefangen und das gleiche, wie gesagt, haben wir auch hier. Und hier ist sogar die Lücke so groß, dass ihr hier auch wirklich mit einem Greifen oder auch mit einem Käfer, mit allem kommt ihr eigentlich hier durch und hier genau das gleiche. Wir aktivieren die Box und dann seht ihr, das leuchtet hier, laufen wir hier durch, zack, geht da vorne die Tür runter. Also ich finde das ultra geil. Jetzt gibt es auch nochmal das Wasser und die zeige ich euch gleich. Die Boxen bauen sich alle gleich auf. Das heißt, das richtig Coole, kann ich euch jetzt zeigen, wir nehmen es mal bei einer kleinen Box, weil es ist am einfachsten zu zeigen. Ihr seht am Anfang nur das hier. Mehr seht ihr nicht. Erst habe ich gedacht gehabt, hä, ist die verbuggt? Wo ist denn der Rest der ganzen Mod? Ja, ihr platziert das und dann baut ihr es einfach auf. Das spawnt dann einfach dazu. Wie cool ist das denn? Noch bei keiner Mod gesehen, dass sowas nachbauen kann. Und der große Vorteil, den ich finde, ersten sehen die ganz cool aus. Klar, es wird wahrscheinlich eine oder andere Unebenheit mal geben, wo die Mod dann vielleicht nicht perfekt am Boden sitzt, weil der Boden ultra uneben ist. Gerade bei den riesigen wird es euch safe passieren. Aber hier zum Beispiel passt ihr sich gut dem Boden an. Was der Vorteil ist, warum ich diese Mod eigentlich sehr, sehr cool finde, ist Punkt 1. Ihr spart euch wirklich das Mitnehmen von ganz vielen Boxen. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr wollt auf Rex-Tour gehen, nur auf größere, diese mittlere Box kann man ja für sehr, sehr viele Tiere nehmen. Ihr könnt auch ein Terrenzino hier reinloggen. Hier wird kein Terrenzino durchpassen durch diese Öffnung hier. Nur falls testet das voll mit euren eigenen Dinos. Ihr braucht prinzipiell den meisten Tinnen wahrscheinlich nur die mittlere Box. Die mittlere Box, klar, wiegt die mit 100 Kilo. Eine Box wiegt klar ein bisschen was. Aber ich habe zum Beispiel auch gemacht, dass wir das Tame von Agentarwissen, Wyvern, also nur ein Petri kann da anscheinend durchfliegen von der Größe her, obwohl das mit dem Agentarwissen echt knapp wird. 100 Kilo, aber dafür müsst ihr halt nichts aufbauen, außer diese Box. Ihr müsst keine Biomotoren mit euch rumschleppen. Ich meine, wenn man jetzt mal ganz kurz gegenrechnet, wenn man jetzt die große Variante weiß, man kann auch mit kleinen Toren arbeiten. Wenn wir euch das mal ganz kurz angucken, so Biomotore aus Stein, wir tun davon eins, abteilen, klar, das wiegt halt nur 4 Kilo. Natürlich im Verhältnis her ist die Box sehr schwer. Aber wie gesagt, ihr braucht im Prinzip nur eine Box mitnehmen und seid abgedeckt. Kostenmäßig gehen die sogar theoretisch, ihr müsst hier mal nach Trap gucken, die heißt alle Trap, die Holztrap, also fast gar nichts, 1400 Holz dafür, dass man die wieder aufheben kann, ist okay. Und die aus Metall, die mittlere kostet einmal 2, 500, 100 Elektronik, aber man craftet die ja auch nur einmal, man nimmt sie ja wieder mit. Die große kostet ein bisschen mehr, aber auch das ist machbar. Und wir haben wie gesagt noch die Wasservariante, die ich euch auch nochmal gerne zeigen möchte. Wie gesagt, bevor wir gleich ganz kurz uns einen Fellversuch mit einem Rex mal anschauen. So, bei der Wasserbox hüpfen wir mal ganz kurz hier jetzt ins Wasser. Und jetzt packen wir die mal aus und die sieht dann nämlich so aus, dass wir hier, ich mach mal ganz kurz eine Taucherbrille, weil dann sehen wir ein bisschen mehr vom Unterwassersicht, ah nicht, es geht. So, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus, das ist so eine Röhre, also hier ist das ein bisschen anders aufgebaut. Klar, müsst ihr jetzt gucken, hier habe ich jetzt ein bisschen gefailt, weil halt jetzt hier gerade ein Stein noch mit drin ist, also da wird es wahrscheinlich nicht schwer, einen Hai reinzulocken. Aber wir können jetzt auch hier die Box auf Active machen und dann ist das gleiche hier wie auch bei den anderen Boxen, wenn wir jetzt hier vorne durchschwimmen, also wenn wir jetzt hier durchschwimmen, dann geht vorne auch die Klappe zu. Das heißt jetzt, zack, sind da vorne jetzt die Gitterstäbe runtergegangen, ja. Aber natürlich solltet ihr aufpassen, seht ihr da vorne zu. Natürlich solltet ihr aufpassen, dass ihr die Box halt auf einem geraden Boden platziert und nicht wie ich jetzt einfach mitten irgendwo in die Wildbahn geklatscht, könnte halt ein bisschen doof sein. So, wie gesagt, ich werde jetzt ganz kurz mal einen Rex holen und dann gucken wir uns mal das Ganze an, wie das halt mit einem Dino abläuft und wenn man den auch mit einem Flugdino in die Box lockt. So, ein kleines gefaktes Szenario. Wir hätten jetzt hier zum Beispiel den Rex, den wir irgendwo gesehen haben und sagen, oh cool, den will ich eigentlich tamen, jetzt muss ich aber irgendwo die Box aufbauen. Also man müsste jetzt mal ein bisschen gucken, man würde jetzt sagen, ah okay, hier scheint es einigermaßen flach zu sein. Gucken wir, ob der Rex mir jetzt gerade nachläuft. Nee. So, heißt, ich würde jetzt hingehen und würde die Medium-Box nehmen, die wollen wir jetzt aufbauen und setzen die jetzt im Endeffekt hin. Wahrscheinlich ist die jetzt genau falsch rum. Gehe ich von aus, oder? Ja. Okay, also ihr könnt euch mal merken, wenn ihr die Box setzt, setzt die immer so, dass ihr zu dem Dino hinguckt. Das wäre auf jeden Fall die sinnvollste Variante. Das heißt, ich müsste sie aus dieser Richtung bauen. Seht ihr, man lernt beim Feldversuch immer ein bisschen mehr, weil ihr wollt ja die Öffnung wahrscheinlich in die Richtung vorm Rex haben. Das heißt, wir platzieren die jetzt einfach mal hier hin. Ich mache die mal hier vorne, hier ist ein bisschen unneben hier. Gucken wir mal, wie das so aussieht, wenn man die jetzt hier so unneben hinbaut. So. Ja, so hier ist ein bisschen unneben. Wir wollen mal, wie gesagt, ein bisschen was ausprobieren. Und jetzt seht ihr, die baut ich jetzt hier auf. Ich kann jetzt gleich wieder auf meinen Petri hüpfen. So, und jetzt haben wir die hier. Seht ihr, obwohl der Boden da drüben ein bisschen unneben ist, ist jetzt hier trotzdem halt die Box immer noch, ist halt unter der Erde ein Teil. Aber ist im Endeffekt nicht schlimm. Das heißt, man will hier aktivieren unsere Trap. Ja, ich gehe jetzt wieder auf meinen Petri. Und oh, da war schon der Rex. Das war auf jeden Fall ganz schön knapp. So, komm mal mit. Ich meine, klar, ich bin ein Gottmodeut. Das geht jetzt ja gerade nur um den Feldversuch. So, jetzt würden wir sagen, hier, folgt mir mal bitte. Ja, er folgt mir. Ich fliege hier weiter, fliege hier durch. Zack, und ihr seht, Rex ist in der Box. Gar kein Problem. Und ungefähr so wird das Ganze ablaufen, ja. Also ihr müsst einfach nur eine Box hinsetzen, den Dino reinloggen. Und ihr seht, auch bei Unebenheiten geht das ganz gut. Gut, wir können mal ganz gut noch mal hier drüben eine aufbauen. Also ich baue mal ganz kurz hier drüben mal so eine Medium-Box mal auf, wenn es jetzt so richtig uneben ist. Also hier, hier sehen wir jetzt hier so, also eine Berghang aufstellen wollen würden, würde das Ganze so aufsehen, dass die halt sich hier so in den Berg reinbaut, ja. Das heißt, auch hier. Aber trotzdem ist der Rex ja noch in die Box lockbar. Seht ihr, was ich meine? Klar, es könnte wahrscheinlich ein bisschen eng sein. Vielleicht würde ich sie so, bei dem Rex würde ich ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen kleiner Eingang, ja. Dann würde ich sagen, nee, dann sucht euch lieber einen kleinen Ort, der ein bisschen gerader ist, ja. Oder fangt höher an zu bauen. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, wenn man die jetzt aus der Höhe hier baut, so zum Beispiel, ja. Oh, probiert es mal so aus. Auch mal kurz einen ganz kurzen Test, wie sieht es aus, wenn die Höhe ist. Ah, ihr seht, hier ist so eine, es geht nochmal ein bisschen weiter runter, ja. Also hier, ihr seht, der Absatz ist ja noch ein klein bisschen da. Das heißt, klar, das hier wäre jetzt wieder zu hoch, ja. Also, ich meine, ich habe jetzt echt an unvorteilhaften Orten gesetzt. Probiert es ein bisschen aus. Ich glaube, die große Box für den Giga oder den Brario würde ich, oder eher den Pronto, würde ich wahrscheinlich irgendwo an der flachen Stelle bauen, ja. Also zum Beispiel hier könnte man jetzt die Large Box, die würde jetzt hier locker hinpassen zum Beispiel, so. Das geht. Der Ort wäre perfekt, hier hätte man kein Problem. Ich würde bei der aber ein bisschen aufpassen, wo man sie hinsetzt. Also auf einem Berg mit einem Giga führt es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Aber ich finde es ganz geil dieser, weil der Vorteil dieser Mod ist einfach, meines Erachtens, das sehe ich da, wo ich auf dem Server spiele zum Beispiel oft, dass Leute einfach Teile von Tameboxen vergessen und diese vergisst man nicht. Und wenn man sie vergisst, dann ist sie leicht wieder zu finden, weil sie ist relativ groß und sie ist an einem Stück, ja. Das heißt, ihr habt ja nicht, dass ihr hingeht und müsst irgendwie ein Pfeiler aus Versehen vergessen oder ihr habt irgendwie eine Barrikade vergessen, sondern sie Mod ist wirklich einfach nur ein Stück. Ich zeige euch ganz gut, wie die Mod auch noch heißt. Also wir gehen hier auf Mod-Liste und dann gebt ihr einfach bei den Mods oben Randy ein. und dann findet ihr auch schon hier Randy's Animal Traps. Ist auf der Konsole 468 MB groß, kam am 13. erst raus, relativ frisch. Und ich muss dafür sagen, ich finde die Mod auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Deswegen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich finde es geil, dass es Wasser- und Land-Content gibt und die Boxen bauen sich sehr nice aus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Tag, bis dann und ciao.